Wenn wir in unserem Leben Entscheidungen treffen, dann stehen wir letztendlich, egal wie groß diese Entscheidung ist, immer vor einer Weggabelung. Wir sehen die Straßenschilder mit linkses Nein, rechtses Zieh durch. Und es ist völlig gesund. Es gibt bei allem Möglichen, was du machst, nur Optionen Ja oder Nein. Ein Kompromiss ist keine gute Lösung. Aber du stehst an dieser Weggabelung und du denkst dir, ja, und auf einmal in diesen zwei Sekunden. Es ist genauso, wie wenn du bei Höhenangst auf dem 10-Meter-Turm stehst. Du hast zwei Sekunden, dann ziehst du durch oder dann kletterst du runter wie ein geprügelter Trottel und musst vor 100 Leuten die Scham kassieren und hast es mal wieder nicht geschafft. Genauso stehst du vor dieser Weggabelung, und ich sage das so, weil ich beide Situationen kenne, und dein Kopf schaltet sich ein. Nein, mein Freund, nein, mein Freund, wir können doch jetzt nicht einfach nach links oder nach rechts gehen. Was ist denn los mit dir? Sag mal, bist du noch ganz sauber? Nein, du bleibst jetzt erstmal hier stehen. Du bleibst jetzt hier stehen und ich schalte mich jetzt ein. Ich nehme dich jetzt an der Hand und wir werden uns dieses Thema gemeinsam anschauen. Und wir werden uns nicht nur anschauen, wir werden jede Eventualität durchgrasen und alles Mögliche an Optionen, die scheitern können, Optionen, die gut gehen können, Optionen, die auf dem Weg des Gutgehens scheitern können. Das werden wir uns alles überlegen. Da machen wir jetzt erstmal eine Riesenagenda da draußen. Hol dein Whiteboard und am besten keinen Schwarm, weil wir wischen auch nichts weg. Es bleibt jede Möglichkeit auf diesen Whiteboards, die mittlerweile um dich rum sind, quasi mit allen Möglichkeiten. Das machen wir jetzt erstmal. Da habe ich richtig Bock. Dein Hirn holt sich quasi jetzt ein Red Bull, gibt dir einen Kaffee und dann seid ihr beide erstmal richtig auf Sendung. Und dieses Level wird auch nicht mehr runterfahren. Dein Kopf steht jetzt hier und du hast momentan einen Tunnelblick und einen gewissen Nebel auch um dich rum, der dich auf diese Sache fokussiert. Aber die Umsetzung, die Umsetzung, die ist erstmal auf Urlaub. Die Umsetzung brauchst du momentan nicht, hat dein Gehirn entschieden. Dein Gehirn hat deine Umsetzung gerade zum Franz Josef Strauß Flughafen nach München gefahren, Lufthansa Terminals 2 und deine Umsetzung ist gerade auf dem Weg nach Hawaii. Sie hat die Aldi Letten an, einen Cocktail in der Hand und denkt sich, werde ich sowieso nicht gebraucht, kann ich erstmal Urlaub machen, ist mir sowieso viel lieber. Ich habe in diesem Leben eh noch nicht viel Zeit gehabt. Ich habe viel mehr Urlaub gehabt, also deine Umsetzung ist es schon gewohnt, im Urlaub zu sein. Deine Umsetzung ist schon sehr weit zurückgestellt. Du findest dich wahrscheinlich schon länger in dieser Situation. Herzlich Willkommen bei Overthinking. Das wollte ich schon länger mal ausgraben, weil mich das aktuell beschäftigt und ich aktuell auf diesem Weg sehr, sehr viel Arbeit vor mir habe. Und ja, Arbeit vor einem haben und müssen, diese Sachen, das kann alles schon was in deinem Kopf triggern, dass du gleich wieder weiterdenkst. Aber ich will dir heute zeigen, wie du es schaffst, was die Ursprünge sind und ganz am Schluss von diesem Video werde ich dir zwei für mich funktionierende Wege an die Hand legen, die ich dann als Art Hausaufgabe mitgeben würde. Das heißt, probiere sie gerne aus und wenn es für dich funktioniert, darfst du mir das gerne kommentieren. Und wenn du dich allgemein bei irgendwas in diesem Thema wieder siehst, wenn du ein Beispiel für mich hast oder eine Frage dazu, dann lass mich das sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Auf diesem Kanal schaue ich mir immer noch alle Kommentare an und hier ist auch niemand alleine. Ich will mit diesem Kanal Momente schaffen, wo sich die meisten denken, hey, ja, stimmt, das kenne ich auch. Stimmt, warum spricht das keiner an? Stimmt, das Leben eines normalen Bürgers auf dieser Welt mit ungefähr 30, ein bisschen drüber, ein bisschen positiv gesprochen. Also, overthinking. Dann wollen wir uns doch als erstes mal die Ursachen anschauen. Es gibt mehrere Ursachen, warum du aktuell in so einer Lage bist oder vielleicht auch schon länger in deinem Kopf so gefangen bist. Punkt Nummer eins könnte dein Elternhaus teilen, wenn dein Vater, deine Mutter oder egal wer dich aufgezogen hat, eine strenge Person war. Eine Person, die vielleicht auch mit dir überfordert war, weil sie selber eine schwierige Kindheit hatte, weil beide Elternteile arbeiten müssen und dein Vater einfach immer nur Leistung von dir gebraucht hat. Du solltest funktionieren, du solltest was Besseres werden, als er damals war. Und das hat er mit Zwang und mit allem Möglichen probiert. Du hast regelrecht gezittert von den Konsequenzen, die passieren können. Du warst immer nervös, du warst immer auf Eierschalen. Vielleicht kennst du sich so eine Situation. Das heißt, bei den kleinsten Sachen, wo du gescheitert bist, gab es schon Ärger, weil er wollte dich mit Druck dahin bringen. Er wollte dich mit Zwang dahin bringen, dass du ein Teil der Gesellschaft wirst. Und er wollte dir vor allem auch seinen Lebensstil aufprägen. Aber du bist ein eigenes Individuum. Du hast deine eigenen Sachen, du hast deine eigenen Schwächen, du hast deine eigenen Stärken, du hast deine eigenen Sachen, die dich ausmachen, deinen eigenen Charakter. Und es ist auch nur authentisch, wenn du bist, wie du bist. Und wenn du so bist, wie du bist und von der Norm aufweichst, dann ist es völlig normal. Dann ist es völlig normal und authentischer könnte es nicht sein. Das heißt, du hast vielleicht dein Leben damals schon fremdbestimmen lassen und bist in so einem Umfeld aufgewachsen, wo jede Art von Scheitern Konsequenzen mit sich gezogen hat. Wo alles negativ war für dich und du nur wenige Erfolge selber gesammelt hast. Das kennst du vielleicht. Punkt 2 wäre die heutige Zeit. Wir haben mittlerweile eine so große Bühne. Dir schauen mittlerweile viel mehr Menschen beim Scheitern zu. Und hier findest du dich zum Beispiel auf dem 10-Meter-Brett in deinem Schwimmbad. Da stehen ja auch immer, wenn sowas aufgemacht wird, mindestens 100 Leute unten sitzen am Beckenrand und schauen dir zu. Somit hast du eine Bühne. Genauso, wenn du jetzt auf einer wirklichen Bühne stehst und Weihnachtsvorstellung ist und so und du hast vielleicht nur zwei Sätze. Wer von uns ist da nicht völlig ins Schwitzen gekommen und war nervös vor sämtlichen Elternteilen, die das sowieso nicht sehen wollten, die einfach nur da sind, weil es sich so gehört. Aber diese Sache hat keinen der beiden Parteien Spaß gemacht. Aber du stehst auf diesem 10-Meter-Turm. Und das ist gefühlt jetzt dein Absprung in die Veränderung. Du hast zwei Sekunden mit Höhenangst. Du hast zwei Sekunden und dann lässt du es sein und kletterst rückwärts mit Schamgefühl vor diesem Publikum wieder diesen Turm runter. Und dann mag es erstmal wieder richtig dauern, bis du die Motivation intrinsisch, also für dich selber, wieder aufbringen kannst, um da nochmal raufzusteigen. Du kannst deine Angst nur durch Routinen wieder wegbringen. Wenn du ein-, zweimal gescheitert bist, dann kannst du aufgeben und dich dein Leben lang schämen und dein Leben lang dich zurückziehen. Und dein Leben lang ab jetzt jede Entscheidung durchdenken und alles Mögliche, was auch auf dem positiven Weg schlecht gehen könnte, durchdenken. Deine Umsetzung ist immer noch auf Hawaii. Du musst normal kleine Routinen schaffen. Da gebe ich dir das als Beispiel. Du willst unbedingt eine neue Freundin haben und du hast schon viele in deinem Umfeld, die dir gefallen würden, die also Partnermaterial für dich wären. Nebenbei, Frauen, wenn euch ein Typ gefällt, geht bitte auch gern mal auf den Typ zu. Wir wollen da nicht immer alleine sein. Es gibt so viele Optionen, die nicht stattgefunden haben, weil Frauen das einfach nicht machen. Aber du überlegst dann, was könnte schieflaufen. Und dann machst du es irgendwann nie. Diese Frau sendet dir Signale. Sie sitzt da, schaut dich an, immer mal wieder. Und das ist so quasi ihre Aufforderung. Hey, komm da mal rüber, sprich mich an. Ja, der normale Mensch, der einfach handelt, geht rüber, spricht sie an. Und wenn es nicht funktioniert, dann lacht er drüber oder ist vielleicht eine halbe Stunde ein bisschen so, oh Mann, jetzt kann ich hier auch nie wieder herkommen. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn du Routinen hast, wenn du offener wirst, wenn du klarer wirst und gefestigter wirst in dem, was du tust, da kommst du auch viel leichter in die Umsetzung. Und wenn du daran scheiterst, lern daraus. Und wenn du was schaffst, lerne auch daraus. Feier deine kleinen Erfolgserlebnisse. Mögen sie auch nur so klein sein. Es sind Erfolge, die du sammelst. Es ist Positivität, die du sammelst. Es ist eine Sache, wo du jetzt handeln musst, wenn du dein Leben wieder zurückhaben willst, wenn du dein Leben leben willst und dein Leben lebenswert sein soll. Du musst ganz klar kategorisieren, was ist wichtig. Und somit rate ich dir schon mal hier an diesem Punkt, schreib dir deine Ziele auf, schreib dir deine bevorstehenden Sachen auf. Kategorisiere diese Sache. Du kannst gerne Rot, Orange und Grün nehmen für große Entscheidungen, mittelmäßige und grüne. Du sollst jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit, und ich kenne dich wahrscheinlich, bist du auch in so einer Sache schon dabei. Du sollst jetzt nicht im Lidl stehen und sagen, ja okay, ich habe hier das Saskia Wasser, ich habe hier das Adelholzner Wasser, ich habe hier das Wolvic und ich habe die Eigenmarke noch. Boah, nee, ich fahre jetzt wieder nach Hause und google erstmal, welches Wasser überhaupt gesund ist und sollte ich das überhaupt trinken. Ihr wisst, was ich meine. Bei so kleinen Entscheidungen greift einfach zu und tränkt. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich will auswandern, das ist eine große Sache, ich habe jetzt keine Partnerin, die mitzieht, ich habe keinen Freund, der dabei ist, ich will das und muss das alleine machen, dann musst du natürlich schon abwägen. Stell dir vor, du willst in die USA ausreisen, was ich schon seit langem vorhabe und hier habe ich alle möglichen Sachen schon durchdacht, bin aber immer noch nicht drüben. Da musst du dir auch klar machen, wie läuft das Gesundheitssystem, wie läuft das mit den Jobs da, geregelte Urlaubszeiten, wie viel Mieten muss ich vorauszahlen als Konsequenz, also als Kaution, dass ich hier bleiben darf, wie läuft das mit dem, brauche ich jemanden, der für mich bürgt, wie lange darf ich da bleiben, welches Visum brauche ich, zu welchem Amt muss ich, zu welchem Konsulat muss ich, da hast du eine ganze Aufgabe. Aber auch hier, mach dir strukturiert einen Plan, hier kannst du recherchieren und dir alles aufschreiben und am Schluss abhaken und dann machst du dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das kannst du auch für kleinere Entscheidungen machen, das ist alles deine Sache, aber dein Kopf ist deine mentale Gesundheit und deine mentale Gesundheit sollte an erster Stelle stehen, du solltest bei dir an erster Stelle stehen, du musst nicht für andere Leute Leistung bringen, du schaffst keine Erfolge für andere Menschen und du scheiterst auch nicht für andere Menschen. Es mag in deiner Vergangenheit vielleicht Leute gegeben haben, die haben mehr dein Versagen gefeiert, um sich selber besser zu fühlen, aber für solche Leute solltest du in keinster Weise irgendwelche Handlungen vollziehen. Du bist der Autor in deinem Leben, du hast dein Drehbuch in der Hand und deine mentale Gesundheit bestimmt dein Leben. Das heißt, überlege auch, wie du mit dir selber redest, deine Gedanken und all das und du kennst vielleicht auch diese zweite Stimme, die oft in deinem Kopf ist. Schreibt mir das gerne drunter, wenn ihr diesen Moment kennt. Wenn sich bei euch eine zweite Stimme einschaltet, so Teufel und Engel auf der Schulter, sowas kennt ihr doch sicher, da bin ich mir sowas von sicher. Das bist nicht du, das ist vielleicht deine Vergangenheit und solche Leute sind meistens, also Oversinker sind meistens sehr, sehr viel in der Vergangenheit und sehr, sehr viel in der Zukunft. Sie projizieren regelrecht ihr Scheitern aus der Vergangenheit in die Zukunft und wenn du selber mit dir so redest, dann wird dein Scheitern aus der Vergangenheit dein ganzes Leben und deine ganze Zukunft beeinflussen. Überleg doch mal. Ja, du magst Fehler haben, du magst gescheitert sein, aber daraus musst du lernen und es ist nur authentisch, wenn du dazu stehst. Und vielleicht kannst du auch über so manche scheiternde Momente inzwischen lachen. Vielleicht bist du wirklich vor fünf Jahren vom 10-Meter-Brett wieder runtergestiegen. Aber meinst du, irgendwer von diesen Zuschauern erinnert sich noch an dein Gesicht, an deine Badehose oder wie du da wieder runtergeklettert bist? Nein, du machst dir diese Gedanken. Du machst dir auch Gedanken drei Wochen, nachdem du mit einem Freund über irgendwas diskutiert hast und hast dann plötzlich Antworten. Und er denkt sich, wie komisch bist denn du jetzt, dass du da immer noch drüber nachdenkst. Ich bin schon, ich weiß gar nicht mehr, um was es da gegangen ist. Dir kommen um drei Uhr nachts Antworten auf Fragen, die gar nicht mehr beantwortet werden müssen. Weißt du, du bist nur in deinem Kopf. Und dann frage ich dich, wie viel du noch umsetzt und wie viel du im echten Leben überhaupt noch stattfindest. Du ziehst dich dann hier förmlich zurück. Du bleibst in deinem Schneckenhaus, in deiner Komfortzone. Und deine Umsetzung macht mittlerweile ein Sabbatjahr in Hawaii. Die kommt eigentlich, die will gar nicht mehr zurück. Da gibt es Kokosnüsse und da kann man surfen. Und die Hulu-Mädels. Deine Umsetzung hat mittlerweile sämtliche Hula-Ketten um mit Blumen und tanzt sich ein und genießt das schöne Leben. Während du immer noch in deinem Loch sitzt und dir denkst, wann kommt sie denn zurück. Aber deine Umsetzung kann wieder kommen. Und jetzt sage ich dir, wie du deine Gedanken sortierst und wie du langfristig aus sowas rauskommen kannst. Es ist nämlich eine Sache, die hat sich eingeschlichen. Und alles, was sich einschleicht und alles, was länger in deinem Leben stattfindet, das dauert auch alles länger, um es da wieder rauszubringen, langfristig. Das sind Muster, die sich geformt haben in deinem Kopf. Also, du redest positiv mit dir. Das habe ich dir vorher schon gesagt. Alles, was du mit dir selber ausmachst, muss positiv sein. Geh nicht immer so hart mit dir selber ins Gericht. Lass dir keine Schuld von anderen Leuten aufbürgen. Schau nicht, wer alles bei dir beim Scheitern zuschauen könnte. Du musst selber in den Spiegel schauen. Du musst es selber mit dir ausmachen und vor keinem anderen. Rede mit dir positiv. Mach dir positive Affirmationen. Wenn du die ganze Zeit deine Vergangenheit auf die Zukunft ummünzt, dann wird sie genauso passieren. Dann werden die Sachen ganz genauso eintreffen, wie du sie erwartet hast. Und dann bist du der Typ oder die Frau, die dann da steht und sagt, ja, ich habe es euch doch gesagt, dass es nicht funktionieren wird. Und dann bist du förmlich stolz darauf, dass du es nicht geschafft hast. Aber dann wirst du es erst recht nicht wieder angehen, weil du jetzt weißt, okay, es hat sich nichts geändert in meinem Kopf. Und da gibst du dir auch selber wieder die Schuld dafür. Also hör auf mit dieser Negativspirale und sag dir, morgen werde ich das angehen. Wenn du jetzt diese Liste kategorisiert hast, dann kannst du auch von diesen ganzen leichten Aufgaben, von diesen grün markierten Aufgaben, unterschreibst du bitte alles hin. Auch wenn du sagst, morgen brauche ich ein paar neue Schuhe allgemein. Dann ist das eine Sache, die kannst du morgen nach der Arbeit erledigen. Du gehst morgen Abend nach der Arbeit online oder gehst in den Schuhladen deines Vertrauens und holst dir die Schuhe, die du brauchst. Und dann kannst du das abhaken und lass es stehen, weil dann siehst du irgendwann, okay, ich habe jetzt hier zehn Aufgaben und ich habe sieben davon schon abgehakt. Wie groß sind dann die restlichen drei noch? Und natürlich, es kommen, du hackst welche ab und du schreibst vielleicht gleich wieder eine Sache dazu. Aber du sammelst kleine Erfolgserlebnisse. Und kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln, zu feiern, die können die Großen erstmal kleiner machen und die motivieren dich intrinsisch selber, die großen Sachen anzugehen. Du brauchst auch keinen externen Motivator. Du brauchst, ja doch, ich hier, ich bin jetzt gerade dein Motivator. Und wenn jetzt so ein Gedanke in deinen Kopf kommt, dann kannst du ihn gleich priorisieren. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Arbeit, wo du nicht abschalten kannst. Also nicht während der Arbeit, sondern wo du halt um fünf nach Hause gehst und die Sache bleibt aber in deinem Kopf. Weil du hast ein, zwei Kollegen, die nerven dich den ganzen Tag. So als Beispiel. Dann kommt ja diese Person abends, wenn du so um zehn im Bett liegst, in den Kopf. Was könnte er morgen wieder alles sagen? Was habe ich morgen wieder alles falsch gemacht? Und du, ihr wisst diese Gedanken. Aber dann denkst du dir, es ist mein privates Leben. Ich habe jetzt gerade Freizeit. Ich werde für diesen Gedanken hier nicht bezahlt. Stell dir Tinder vor. Du siehst diese Person und denkst dir, nee, diese Bühne hat sie jetzt nicht verdient. Diese Bühne hat sie überhaupt nicht verdient. Warum denke ich über sowas? Und du swipest sie nach links. Wichtigere Sachen. Swipest du nach rechts. Und ich finde, das funktioniert ziemlich gut, wenn du es einfach regelmäßig machst. Und ja, es kommen Gedanken wieder zurück und du magst daran zweifeln. Aber wenn du es durchziehst, langfristig, kann sowas funktionieren. Genauso, wenn es richtig laut in deinem Kopf wird. Und du kennst das. Weil du hast diese Liste noch nicht. Du hast dir noch nicht aufgeschrieben, was du gerade denkst oder was du noch vor dir hast. Dann ist es richtig laut in deinem Kopf. Dann ist es förmlich Olympiastadion mit 70.000 Menschen und jeder zehrt gefühlt an dir. Deswegen ziehst du dich ja auch zurück. Dann stell dir in deinem Kopf einen schwarzen Hintergrund vor, auf dem eine Null ist. Und du sagst dir, ich fahre meine Gedanken jetzt auf Null runter. Auf Null. Auf Null. Ja, aber... Auf Null. Und du atelst tief durch. Und dann siehst du irgendwann ganz klar vor deinem inneren Auge eine weiße Null mit einem schwarzen Hintergrund. Und es wird absolut ruhig. Ich sag nicht, dass es von jetzt auf gleich funktioniert. Aber wenn du dran bleibst und es umsetzt und dran bleibst, ja, dann funktioniert diese Sache. Viele sagen auch, konzentrier dich auf deinen Hinterkopf, weil deine Gedanken in deinem vorderen Kopf stattfinden. Diese Methode habe ich selber jetzt noch nicht, hat für mich noch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich mich auf meinen Hintergrund, Hinterkopf fokussieren soll. Genauso war ich nicht, weiß ich bei Meditationen. Fühl dich in deinen linken Fuß. Ja, wird nicht passieren. So kannst du gerne machen. Das ist nichts für mich. Aber auch das habe ich akzeptiert. Es muss ja auch nicht alles für dich sein. Alles Mögliche, was heutzutage Trend oder Norm oder Gang und Gäbe ist in der heutigen Gesellschaft, das muss nicht du sein. Du musst dich hier nicht anpassen. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Und das macht dir schon mal viele Gedanken weniger. Es gibt immer Menschen, die sagen, hey, der ist cool, der sticht von der Masse raus, der schwimmt nicht mit dem Strom, der hat seine eigene Meinung und der zieht Sachen durch. Und langsam, wenn sich das alles löst in deinem Kopf, dann wirst du merken, wie du positivere Sachen anziehst, wie du in die Umsetzung kommst und wie du dir dein Leben langfristig wieder zurückholst. Und ich mache gerne Teil 2 oder Teil 3 von diesem Video, wenn es euch interessiert und wenn es aktuell eure Baustelle ist, dann schreibt es mir drunter. Und wenn ich sehe, dass da viele Kommentare sind, dann werde ich mich diesem Thema weiter annehmen für euch. Und ansonsten bleibt gerne auf meinem Kanal. Schaut euch hier um. Bis bald. Wir denken alle viel zu viel. Ihr seid mit dieser Sache auch nicht alleine. Glaubt mir das. Ist es wirklich so? Braucht ihr bloß mal googeln. Braucht ihr bloß mal schauen. Anxiety. Alles. Alles, was deinem Kopf momentan fertig macht. Aber es gibt für alles eine Lösung. Und ich kann dir das alles erklären. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam auf. Wenn ihr Lust darauf habt, seid Teil meiner Reise. Bis dann. Macht euch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, egal wo ihr seid. Bis dann. Und Peace. Ach ja. Und warum du immer so müde bist, fragst du dich. Warum du immer abgeschlafft bist. Warum du müde aufwachst. Dann schau dir dieses Video an, was ich dir hier in der Endcard verlinke. Dann erfährst du so einige Antworten darauf. Damit bist du nämlich auch nicht alleine. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.